Oh, ich sehe gerade, dass die beiden Specials, die ich gehört habe, hier hinten anmarschiert kommen. Oh, dann gehen wir doch in den Safe-Room, der brennt. Ja. So, ich verschieße jetzt mal hier langsam das ganze Granatwerferzeug, damit ich mir wieder eine andere Waffe holen kann. Für später. Ja, wir deaktivieren sie den Alarm. Okay. Ja. Oh, shit, ich sehe sie. Wo denn? Direkt vor uns, auf uns zu, siehst du? Oh, da. Scheiße, ich bin tot. Shit. Ich bräuchte hier mal Hilfe! Schnell, zur Tür! Hast du nicht noch irgendwas erzählt, von wegen ich werde Experte? Ja. Ja, du triffst halt einfach mehr. Aber ich habe nie gesagt, dass du Überlebensexperte bist. Ja, gut. Mit der Beschreibung kann ich leben. Okay, dann ist es, dann ist es schön. Oder auch sterben. Bitte um dich. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ne, jo. Oh, der eine sah ganz kurz so aus wie Hitler. Hitler-Zombie? Ja. Wir machen den Weg frei. Deshalb wollen wir nicht Core of Duty spielen. Granatwerfer. Ah! Zack, Seth! Help! Granatwerfer! So. Oh, hier ist noch ein Medikit. Was? Medikit wo? Ich habe es jetzt mal mitgenommen. Ja, dann sollst du dich vielleicht heilen, oder? Ja, mach mal. Du bist jetzt überhaupt mal so auf dem Damm. Wunderschön dekorierter Raum hier. Ich glaube, ich nehme die Schlotflinte mit. Warte mal, ich nehme mir auch mal was anderes mit. Was bist du? Oh, nein, 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 nein. Ha! Was? Was, was, was? Jockey. Ich, ich will irgendwas. Was bist du? Nee, das ist der Granatwerfer. Ich gehe mit den NPCs schon mal ein bisschen vor. Ja, ja. Ja, doch, das ist, das, das ist gut hier. Ja, ich habe was gefunden. Hä? Wo? Wo? Ach da. Exit. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir wissen nicht, was da kommt. Ich halte mich mal hier an der Seite. Jo. Ich würde mich jetzt gerne in den Putzwagen hier reinsetzen. Oder Charged. Der ist halt gegen die Wand gelaufen. Tja. Depp. Was er im Arm hat, hat er halt nicht im Kopf. Aber der andere... Why? Molotov! Nein! In Deckung! Das war jetzt echt eine gute Audiostelle. Molotov, in Deckung! Und im nächsten Moment hört man's kreischen. Auch das war geplant. Das... Bestimmt. Mhm. Das war geplant. Ah, nee. Smoker. Ich kann die schon gar nicht mehr auseinanderhalten. Boah, höre ich da schon wieder ein Tank? Charger! Charger! Bitte über auf mich! Abzieh! Sie, 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 sie! Sie, 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 sie! Sie, 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 sie! So, so, Scalier! Wieder lieb! Ah! Ja, genau so! Danke! War das nicht so, dass die Zombies sogar jeder noch irgendwie eine eigene Hintergrundgeschichte hatten? Also die Special Zombies, was die davor mal waren? Ich glaube schon. Aber frag mich nicht, was genau das war, ich hab keine Ahnung mehr. Aber was ich weiß, ist, dass wir vorm Safe Room stehen. Oh, gut. Und ich vermute, dass da irgendwelche Specials drinstehen, deswegen hau ich einfach mal Molly rein. Mach das. Warte, 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 wir könnten die Tür noch zumachen von außen. Oh, ich seh grad, dass die beiden Specials, die ich gehört hab, hier hinten anmarschiert kommen. Oh, dann gehen wir doch in den Safe Room, der brennt. Ja. Ähm. So, jetzt können wir. Rein hier, los! Nick muss draußen bleiben. Niemand mag Nick. Oh, doch, Nick ist schon nicht. Menno. Oh, wir lassen ganz schön nach. Mhm. Oh, wir lassen ganz schön nach. Mhm. Da müssen wir eigentlich was dagegen machen. Vor allem hab ich den einen doch mit dem Granatwerfer getroffen. Den Tank? Mhm. Echt? Mhm. Ach doch, stimmt, den hast du ja... Ja, die Witch hat's mir einfach irgendwie angetan. Ich weiß auch nicht, wieso. Wo war meine Nachkampfstatistik? Nein! So, ist denn jetzt hier ein Medipack über? Nee, das wollte ich mir grad nehmen. Nein! Nein! Ge weg! Ge weg! Ge weg! Ge weg! Puh! Lass mir mein Medipack! Mit dir spiel ich nimmer! Ja! Ich geh jetzt alleine! Ja, geh doch! Ja, mach ich! Ja, mach doch! Ja! Hab ich kein Problem damit! Ich lese mir jetzt hier die Wände. Ja, mach das! Ja, mach das! Ja! Feuerlöscher anschießen! Feuerlöscher anschießen! Ja! Dann kommt Wasser raus! Boah, hier voll das Massaker drinnen! Zeig mal! Mh, unschön! Bäh! Oh, hinter uns! Ist nichts! Voll die Schusslinie hier! Ach, das ist doch die Szene aus dem Dingens, aus dem Trailer! Äh... Äh, Intro! Kann sein! Schritt 1! Aber sind die da nicht zu diesem Konzert runtergefahren? Das kann auch sein! Also ich weiß, dass mehrere Ingame-Szenen drin waren! Ja, ja, das stimmt! Ich weiß es nicht! Ja gut! Benzinkanister müssen wir finden! Ja! Das widerspricht zwar ein bisschen meiner Natur, die nicht anzuzünden, aber ich versuche mich zu beherrschen! Tu es für die Gruppe! Ja! Ich nehm den hier! Scheiße! Boah, 13 Kanister braucht man da? Waren das schon immer so viele? Ich glaub schon! Nein! Ähm... Sollen wir beisammen bleiben? Oder... Was? Oh! Da kommt er mir entgegengesprungen! Könntest du mir hier versuchen... Ja! Ja! Lauf! Lauf! Lauf durch! Ja, ich lauf so schnell ich kann! Wah! Oh shit! Ich bin fast tot! Hier hin! Warte! Soll ich dich heilen? Ah! Ne! Ich mach schon! Nur man müsste bitte kurz auf mich aufpassen! Oh geil! Ah! Nicht die Rohrbombe! Ah! Hier liegen noch weitere Medipacks! Und Muni! Ja! Wo? Hier! Neben dem Auto! Ich seh's! Ich seh's! Ah! Es ist voll lieb von diesen anderen verstorbenen Überlebenden, dass die das Zeug immer genau da haben liegen lassen... Wo man's was braucht! Vor allem auch immer bei den Safe-Rooms, ne? Die sind da nicht irgendwie geplündert oder sonst irgendwas bei den Zehntausenden Überlebenden, die da durch sind. Ne, ne, ne! Warum renne ich dir eigentlich grad nach? Warum renne ich nicht da hoch? Keine Ahnung! Weil Coach so furchtbar sexy ist! Ja, doch! Ja, genau! Genau deswegen! Dead Ass! Dead Coach Ass! Aber die NPCs folgen mal wieder mir! Ja! Ah! Die wissen halt, dass deine Frau spielt! Ach so, ja! Genau! So, läuft doch eigentlich ganz gut! Boah, sag sowas bloß nicht! Das hab ich in Don't Starf jetzt ein paar Mal gesagt und da bin ich instant gestorben! Oh! The Rules of Irony! Ja, genau so! Big Fashion Girl! Oh, aber ist geschlossen! Ich hörte, Tank! Oh! Ihr habt nix gesagt! Lauf doch eigentlich ganz gut! Ja! Ja! Wo ist er? Ja, Tank, Tank! Aber wo? Ich geh mal kurz hier runter und füll das... Wo ist er? Tank! Ah! Hunter! Wo ist der Tank? Ich weiß es nicht! Aber hier ist ein Benzinkanister! Oh, ich glaub ich... Ja, der spielt glaub mit den NPCs! Ach so, ja dann! Ja, ich hau dir die Benzinkanister von hier oben mal runter! Ah, da ist den! Oh, und ein Charger noch hinterher! Tank is down! Tank is down! Wunderbar! Wunderbar! Ah, Spitter! Oh, Charger charged! Spitter spittet! Rochelle is down! Ach, hast du die... Ach so, die... Aber Nick... Hilf dir vielleicht wieder hoch! Hast du die ganzen Kanister runtergeschmissen? Ja, genau! Das wollte ich gerade sagen! Ich hau die Täter runter, dann kannst du sie direkt einfüllen! Jo! Klingt nach nem Plan! Ja! Jetzt bin ich aber hier oben fertig! Ich geh jetzt ein Stockwerk tiefer! Mhm! Warte mal, wo hast du denn noch welche hingeschmissen? Hier sind keine mehr, oder? Äh... Ich glaub vier hab ich runtergehauen insgesamt! Okay, dann... Gehen wir mal hier hoch! Ja! Einer sollte aber mindestens immer unten bleiben! Äh, bleibst du dann unten? Weil ich bin schon hier oben! Und schmeiß die zwei runter! Jo! Nein! Oh, fuck! Kommst du klar? Äh... Wenn irgendjemand auf den blöden Jockey schießt, dann ja! Ja, Rochelle ist bei dir! Ja, warte, hier sind zwei Kanister! Die hab ich grad runtergeschmissen! Uah! Gut! Ah! Alles klar? Ja, ja, die kommen hier nur grad irgendwie aus allen Ecken! Oh! Molly! Ah! Scheiße, Charger! Rochelle! Hier kommt klar da oben! Ja! Gut! Okay, wir brauchen noch drei Kanister! Okay, warte, hier hinten ist einer! Ich werfe mal ganz kurz da einen Molly runter! Einfach mal so! Achtung! Jo, danke! So, mit dem komme ich jetzt runter! Boah, dann haben wir die erste Kampagne eigentlich schon so viel geschafft! Ah! Scheiße! Hast du den grad angezündet? Ja! Scheiße! Aber das Karma hat sich instant gerecht und ich hab nen Charger, äh, Schmaßsinn, Jockey bei mir auf dem Kopf sitzen und bin fast down! Äh, hier liegen vielleicht, glaub ich, noch Medipacks rum, oder? Ja, ich heim mich jetzt auch gleich! So, wir haben... Und ich hör schon wieder Tankmusik! So gut! Ah, da hinten! Ah! Nein, 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 nicht das Medipack! Ich will die Waffe! Ah! Wo ist der? Oder? Nein, nein! Oh, bleib weg von mir! Oh, shit! Ah! Ich bin so tot! Ah! Jetzt! Hier! Hier, komm, leg dich zu deinem Bruder! Jetzt endlich! Ich kann nicht gut auf ihn fielen! Oh, und ich werd gespittert! Äh, Alter! Mensch, für den Begriffen, aber wir sind auch nicht nah! Kann mir bitte irgendjemand hier oben helfen? Ja, ich bin auf dem Weg! Der Tank ist down! Ich schick die Rochelle hoch! Ja, es blick... ich bin tot! Und läuft doch eigentlich ganz gut! Ganz gut! Ganz gut! Oh! Na gut, dann... soll ich noch schnell die letzten beiden Kanister? Ja, mach! Komm! Okay! Warte! So, ein Kanister noch! Aber ich hab mich fürs Team geopfert! Das hast du! Ja! Hab ich! Oh! Mehr oder weniger! Was ist der blöde Kanister? Okay, äh, Rochelle schafft's wahrscheinlich auch nicht, die wird grad ausgeweidet! Puh! Ihr habt den letzten Kanister! Ja, du entkommst dann als einsame Überlebende! Oh, scheiße! Nick wollte Rochelle heldenhaft retten, aber was? Nick beamt sich an deine Seite! Ja, komm! Fahr! Lass uns zurück! Wenn da jetzt noch ein Defi rumliegt, dann nehm ich euch mit! Aber nee! Nee, komm jetzt, bevor du auch noch stirbst! Okay! Boah! Jetzt kommt hier die totale Zombie-Flashmob! Run! Ding ins... rein ins Auto! Ah! Ich komm da nicht mehr weg! Hilfe! So, wie komm ich in dieses blöde Auto rein? Wie komm ich in das Auto rein?! Achso, ich musste da aufbringen! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Slow-mo! Oh! Oh! Applaus für Skanya! Yay! Oh Gott! Ah! Wir sind schon so Experten! Absolut! Oh! Oh! Äh, viel Mollys! Ähm, ähm! Oh! Also, ich hab eindeutig am meisten Zeug um mich geworfen! Ja! Ja! Doch! Getötete Gewinne! Oh! Lalah... Ja, 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 ja... Äh, ja, ja, ja... Können die NPCs eigentlich auch die Witch-Stывают-Vipel? Witz-Witz-Vipel? Nö, ich glaub nicht! Weil die laufen ja auch nie vor. Die laufen ja immer nur hinterher. Ach stimmt. Wow! Aber Genauigkeit! Ordentlich! So Eine Kampagne unter großen Opfern Hinter uns gebracht Hm 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 Hm